Was geht ab, Freunde? Ich bin heute auf Ohmettv unterwegs und wir werden mal gucken, was für Leute wir heute treffen werden. Daumen nach oben für mehr Ohmettv und Prime Hamid ist zurück. Ich hab kein Bart mehr. Bruder, du siehst aus wie Hamid, look auf Wisch. Er sagt, ich seh aus wie Hamid, look auf Wisch und klickt mich weg. Nur weil ich kein Bart mehr hab, Bruder. Digger, was? Als ob... Hey, der rechte sieht aus wie Michael. Michael? Hey, du siehst fresh aus ohne Bart. Super. Dankeschön, Bro. Du siehst auch fresh aus ohne Bart. Arlen. Lass, lass weiterlaufen. Lass weiterlaufen. Nein! Lass weiterlaufen, Bruder. Nein! Lass weiterlaufen. Nein! Lass weiterlaufen. Nein! Lass weiterlaufen. Ey, kann ich dir einen Trick zeigen? Ja, zeig mal. Kannst du einmal Hände hochmachen? Wenn du den Chef bewegst, bist du schwul. Baby, you got something to eat. Oh, mein Loco. Was? Hamid Loco. Was? Hamid Loco. Das sieht so fake aus, die Reaktion, Bruder. Aber ich sag trotzdem Danke. Lagerzett ist Megatron. Hamid! Hamid, da ist er! Das hat der Schüsse aus dem Gehvergong. Hamid, Bruder, Mann. Ich küss dein Herz. Ich liebe dich. Geiler Hintergrund. Ich küss dein Herz. Boah. Bruder, hier ist einfach Hamid, Leute. Was geht ab, was geht ab, was geht ab. Der Heftigste. Mach's gut. Hau rein, Cha-Cha. Ey, eine Frage. Ja? Guckt ihr Fußball? Ja. Nenn mir mal fünf Spieler. Ich guck nicht so viel, ich guck nur mit meinem Vater. Ronaldo. Ronaldo, das ist schon mal einer. Neymar, Messi, Mbappé. Und? Kennst du noch einen? Da hast du fünf. Warte, wir können noch einen Fußballspieler sagen. Wer? Ah, ich kenn noch einen Fußballspieler. Wen? Franz Beckenbaum. Du hast auf dein Handy geguckt. Nein, mein Handy. E-ho. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so cool. Nein. Ich guck auf mein Handy. Ich guck auf mein Handy. Okay, okay. Wie geht's euch? Die Porsche. Ja, mein Mann. Aber komm. Weil die zu laut waren, ist das krass. Auf Indisch auch noch. Das war ein ganzer Bollywood-Film, den ich gerade geguckt habe. Hamid. Oh, ich kenn deinen Namen nicht, sonst würd ich ihn auch schreien. Leo. 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 Ich hab hier zwei Freunde, okay? Okay. Du sagst, welcher besser aussieht. Okay. Ich bin aber ehrlich, ne? Okay? Ja. Das ist Maxim, aka Geo, aka. Okay, Bruder, okay. Das ist Feig. Bruder, warum sieht... Wie heißt der eine Feig? Feig. F wie Feige, you know? Ach so, aber wird nach Feig gesucht oder warum ist das Bild so weird? Bruder, was ist... Ist das ein Social Experiment und du willst herausfinden, ob jemand den gesehen hat? Nein, das ist... Wird das denen auch zugespielt, also kriegen die das mit und ist das gerade so ein Battle zwischen denen oder was? Ja, machen wir gerade so, sind beide Rad nicht da und jetzt machen wir ein Battle. Ja, okay, ich weiß nicht. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass... Wie Feig und wie hieß der andere? Maxim. Maxim. Ich hab irgendwie das Gefühl, wie viele haben die schon bewertet? Sechs, also insgesamt fünf Leute. Und ich sag aber irgendwie, die meisten haben sich für Feig entschieden. Tatsächlich, ja. Bruder, aber was hast du auch für ein respektloses Bild von Maxim, Bruder? Der sieht aus wie... Ich hab von beiden irgendwie eine respektlose. Der sieht aus wie Dwight Schrute von The Office, Bruder. Ich küsste ja... Ja, ich weiß. Digga, was ist das, Bruder? Der sieht irgendwie so aus, als würde er mir gleich eine Predigt halten, was ich machen muss und was nicht. Würdest du gerne mit Sanft und Kraft meinen Ge-Blutschnur? Mh, nee. Du wirst nicht haben mit Locker-Os-Lawas. Alles fit? Ja, bei dir? Ja, passt alles so weit. Cool. Ey, geil. Ja, geil. Ich hätte geil noch viel. Okay. Okay, okay. Nice. Ähm, perfekt. Was ist das denn? Gänsehaut. Warte mal, bin ich da? Das bin ich! Hallo? Wie machst du das? Wie machst du das? Nein, 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 nein. Wie machst du das? Du bist nicht ich. Wie macht er das? Hör auf, hör auf. Das ist zu viel. Das ist zu gruselig. Das ist zu gruselig. Nein! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, bitte. Was hab ich dir getan? Ich klicke weg. Ich klicke weg. Wieso kann ich nicht wegklicken? Wieso kann ich nicht wegklicken? Zeig mal die Aussicht. Oh mein Gott. Ey, wie geil. Hast du ein YouTube-Video? Ja. Dann liebe ich dich. Ich dich auch. Danke, dass du meine Augen auseinanderlehmst. Upsi. Hau mit Loko. Hau mit Loko. Hau mit Loko. Ja. Hau mit Loko. Ich war... Hau mit Loko. Hau mit Loko. Hau mit Loko. Das ist Klassenfahrt, oder was ist das? Nee, wie geht die Schule? Zeig mal, Hans-Rick. Zeig mal, Hans-Rick. Hau mit Loko einfach. Guck, der macht immer FIFA. Komm her. Mach mich mal komplett auf laut. Halt mich jetzt mal so hoch, dass ich die anderen sehe. Ich bin im Bus. Überall scheiße Kinder. Ich bin im Bus. Überall scheiße Kinder. Geld. 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 Geld, Geld, Geld. Geld, 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 Geld. Oh, Gleckmeier. Was snackst du da? Ich ess Chips, Bruder, guck hier. Chips. Hör auf damit, Digga. Ist richtig unkorrekt, ich schwöre. Ich schwöre auf meine Mutter, ich bin korrekt. Wieso bin ich unkorrekt? Das ist mit Chips und das ist unkorrekt. Ich schwöre nicht, was gemeint ist, aber es ist unkorrekt. Okay, Bruder, warte, 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 warte. Du sagst, das ist unkorrekt. Was ist daran unkorrekt, wenn man isst? Bruder, es gibt Menschen auf dieser Welt, wenn so eine Chips, Bruder. Es gibt Menschen auf dieser Welt, wo, wenn diese Chips sehen, Bruder, und das ist nicht, wenn jeder Chips hat, da draußen. Und wie du auch isst, ist auch nicht korrekt, muss ich sagen. Irgendwie hast du recht. Hola. Hola. Hey, hola. You good? You know, you know Indonesian Navy? I know Indonesia, but don't know Indonesian Navy. Yes. I heiße Alpin. It looks very good, your outfit. Okay, my name is Alexander Bernardo. Alexander? Alexander. Where are you from? I'm from Germany. 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 You know Bali? Of course, yes. Can I get your IG? My Instagram? Yes. Yes, of course. One minute. One minute. Yes. Yes. Yeah. Okay. Follow you back, bro. I follow you back. It's a party-sau. Ich weiß, wer du bist. Wer? Weil, wenn ich weiß, wer ich du bin, wäre ich lieber wie der ich. Hell, nein. Niemals. Niemals. Ich kenn dich. Ich kenn dich. Nein, hä? Du warst doch, du hast, du hast schon mal Dress to the Press gespielt. Sei ehrlich. Sei ehrlich. Ja, das ist fake, oder? Nein. Nein. Hast schon mal Dress to the Press gespielt? Nein. Als ob. Als ob. Weinst du gerade ehrlich, oder tust du einfach nur so? Nein, ich schwöre. Oh mein Gott. Warum weinst du? Weinst du? Ich gucke, man hat seine Videos, oh mein Gott, ich bin. Alles gut, du brauchst nicht weinen. Du brauchst nicht weinen. Was ein Glück, einfach. Wieso? Ich dachte einfach wirklich gerade, das ist fake, ne? Weil manchmal halten die ja sowas in die Kamera. Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß noch, wo du Baby Nielo gespielt hast. Baby Nielo? Boah, das war stark. Hä, hörst du gerade Kit Kawaki? Oder hier ist eine, die hört dein Lied auf Ruhme. Er kommt. Hä, das glaub ich nicht. So ein geiler Frank in 500 nachts, ne? So ein geiler Frank in 500 nachts. Kommen, kommen. Oh mein Gott. Du bist so ein Troller, du bist so ein Troller, ne? Du bist so ein Troller. Ich bin kein Troller. Was? Du bist ein Troller. Du bist so fett. Du trollst so fett. Ey, ich habe eine wichtige Frage. Ja.